Tag Leute, herzlich willkommen zu Tiny Wazers 2. Eigentlich wollte ich, äh, heute mal wieder schießen, aber warum ist das so leise? Äh, merke ich gerade, dass das, boah, äh, ziemlich leise ist. Warum? Ist das wie so leise? Uppsala, hab ich extra gemacht. Oh, äh, 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 ne, nimm den, nimm mich als Schutz, äh, nimm ihn. Ey, los, fahr! Äh, oh. Achso, äh, ja, komm. Nein, upps. Tschüss, Leute. Hat Spaß gemacht. Naja, was soll man da noch machen? Nein. Nein. Äh, Leute, ich, kurzer Cut. Geht das schnell? Muss da nicht Sieger stehen? Ähm, Mist. Okay, dann ist das so leise. Und ich hab endlich mal geschafft, dass er bei OBS, dieser Kodira, nicht überlastet ist. Oh, nein, sag bloß. Hä? Okay. Tschüss. Katapult, oder? Tschüss. Ah, schade. Naja. Nächstes Mal. Ja, genau. Tötet euch selber. Ähm, ja, ich hoffe... Und ich hab, äh, bisschen halt am OBS rumgefuchtelt. Ähm, ist jetzt auch so, glaube ich, dass ja auch die Dings besser ist, die Stimme. Äh, ich weiß nicht, ob... Ja, jetzt... Jetzt sieht man das. Mist. Jetzt hätte ich... Ja, lauter. Mann, das ist bestimmt so nervig. Meine... Meine Stimme voll übertönt. Ja, Leute, ich... Ich... Mache ich gar nicht. Warte, keine Sorge. Ich... Ich... Verliere extra ein Match, damit ihr... Ja, lauteren Ton habt. Äh, kurzer Cut, stimmt bis gleich. So, willkommen zurück. Irgendwie... Kein Ton. Was ist das für ein ekliger Ton? Dieses... Hört ihr das? Ich weiß nicht, ist das hier? Ah. Okay, hat aufgehört. Ja, ich weiß auch nicht, GTA ist auf 100, aber... Irgendwie ist total alles leise hier. Naja, weiter. Na, ich hoffe, ey... Oh, Mann, das ist sehr blöd. Ja, tötet euch selber gegenseitig. Sehr schön. Ja, das kann nur ein Punkt für mich sein. Ja, komm. Tschüss. Tschüss. Ah ja, warum auf einmal Dark? Wen soll das denn jetzt umhauen? Oh Gott. Okay, ist geschommen, ist geschommen. Punkt für mich. Ja, so leicht geht's. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das jetzt so leise ist. Äh, ich hoffe, man hört in allem noch was. Äh, weil laut OBS ist meine Stimme doppelt so laut oder so. Kann, ja, doppelt so laute Hautgut hin. Okay. Los. Gib mir Windschatten. Ach, Junge. Oh, ja. Sehr schön. So. Komm, Punkt für mich. Okay. Nein. Komm her, komm her, komm her, bitte. So. Tja. Ja, ja. Punkt für mich. Ich bin zu gut auf einmal, Leute. Sonst hab ich hier immer verkackt, aber jetzt bin ich zu gut. Oh, 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 oh. Tja. Ach Gott. Schlechter Schad. Hi. Äh, 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 äh. Hä, die töten sich auch gegenseitig. Was? Dieser Umbro, war der nicht schon mal irgendwo? Oh. Oh. Hä? Okay. Keine Ahnung. Hm. So. Hey, der will auf mich schießen. Ein Irrer verfolgt mich. Okay, ist gestorben, ist gestorben, ist gestorben. Ja, die schalten sich gegenseitig. Was? Oder ich bin zu gut. Ach, das kann natürlich auch sein. Ah, ja, ja. Ich glaub, ich hab ihn einfach zu gut. Eigenlob schenkt. Naja, aber. So, ja, keiner wissen. Oh, nein, 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 nein. Komm. Komm. Komm, ja, Windschatten. Sehr schön. Oh, fuck it. Äh, äh, äh. Bitte gegen, da. Kann sein, dass es... Komm, komm. Den überhole ich noch. Was machst du da? Tja. Ja, deine eigene Schuld, ne? Ich glaub, damit hab ich gewonnen, ja. Quasi selber ausgeschaltet, aber... Naja. Ich weiß auch nicht, warum GTA so leise ist. Was hab ich dir getan, GTA? Das ist auch wirklich auf 100 gestellt, aber naja. Okay. Hm, ja, gewonnen. Hab ich viel Money bekommen? Ich hab jetzt nicht so drauf gehabt. Das ist doch nicht Snack essen. Okay. Aber weil ich hab jetzt... Oh, 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 oh. Irgendwo kriegt man ja doppelten Dings, ne? Äh, Erfahrung. Ja, freier Modus war eigentlich... Okay. Komm, 4. 4, 4. Ich hab Bock auf Tiny-Vices. Okay. Entrat jetzt ein anderes Gewicht, aber naja. Hö. Hallo? Das ist wirklich auch alles, ähm, gleich eingestellt eigentlich. Äh, dieses... 0 Dezibel bei Desktop-Audio und Mikrofon-Aux. Und da ist meine Maus-Fall. Danke. Okay. Jejebi gar. Come see is kokiolik. Hört sich ein bisschen polnisch an. Ist das richtig? Polnisch? Okay. Sind das wieder die zwei? Ja. Rolak 13, 75, 35, 0. Okay. Wer will, wad? Hä? Ach, Entschuldigung. Ist auch schon... It's bad. It's bad. It's bad. It's bad. Äh, 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 äh. Da. Keine Stinkefinger, Rock, Kuss, Wichser, Kusshand, Trockenvögel, ne. Nicht Kusshand. Jetzt hat er Kusshand gewählt. Mann. So. Jetzt sieht ja auch ein bisschen, wie es so hinter den Kondition läuft. Oh. Diesmal das hier, ey. Ey, so maskekal. Okay. Dö. 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 Oh, war guter Start. Ja, komm. Baum, bla. Äh. Oh. Okay. Der ist schon lauter hier irgendwie jetzt. Komisch, aber... Äh. Ne, 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 ne. Das machst du schon nicht. Äh, äh, äh. Das finde ich politisch unkorrekt. Ja. Tschüss. Punkt für mich. Ja. Ne, wo ist denn der andere? Okay, ist der direkt hinter mir. Folge dem Kontrollpunkt. Tu ich doch. Ja. Ja. Hast du Punkt von fünf? Jetzt zieht ihr nur noch vier weitere Runen. Hahaha. Hashtag eingebildet. Naja. Spaß. Ist ja alles nur Spaß bei mir. Wisst ihr auch, ne? Ähm, ja. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Hallo? Find ich... Alter. Nein! Wartet doch mich! Nein! Ja, wenigstens in der Luft! Bitte! Denn nicht. Was macht ihr? Aber, was macht ihr, Lina? Ne, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, ja, ne? Ist der ausgestiegen? Will ich auch machen. Mitten in der Luft will ich einfach aussteigen. Geht das? Ich will mir das mal wirklich machen. Okay. Wer ist jetzt mal... Oh, Bro. Okay. Der Pinke. Der Pinke. Der andere will gar nicht erst starten. Ne. Okay. Aufpassen, ne, Pinky. Oh, nein! Oh, Arsch gerettet. Okay. Tschüss. Oh, oh, oh. Nein! Whatever. Ever. Oder? Whatever. Was? Achso. Ne, whatever. Oder so. Keine Ahnung. Oh, der war gut. Der war gut. So. Na? Au, au, au. Nein! Ja! Ha, Leute. Die machen jetzt ernst, ne? Ich glaube, die haben davor extra... ...so ein bisschen mehr YouTube-Bonus gelassen. Haben bestimmt gedacht, Ach, das ist das nicht der YouTuber mit... Äh. Die Spiele-Bit-Bit-Tick. Den lassen wir mal gewinnen. Und nächste Runde, zack, greifen wir richtig an. Damit ihr schön rumheult. Leute, ich laber schon wieder so'n scheiße. Entschuldigung, aber das ist halt meine Art. Und niemand kann mich verbiegen. Warum ist der schräg? Oh, komm. Oleg spielt mit! Aber, mh, fährt gegen der Bande. Nein! Meins! Ah, ola! Nein! Ah! Komm, gib Gas, gib Gas! Nein, das schaffen wir noch. Komm! Ja, geil. Komm, 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 komm! Ne. Nein! Naja. Ja, Leute. Siehste, das... Genau das war ihr Plan. Das kann niemand abstreiten. Okay, komm. Next round. Hm. Hm. Ein bisschen spät gestartet. Ja. Kickt euch gegenseitig weg. Tschüss. Ich bleib hier. Ah, nein, 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 nein. Meins! Oh, nein. Ach. Ah, jetzt. Ja. Der hat gewonnen. Der mit... Das Ding ist OP. Dieser... Dieser Roller da. Roller, ja, genau. Motorrad, Mann. Ähm. Komm. Äh, wert. Whatever. Gut. Äh. Ah, ja. Oh, da los! Oh! Oh! Oh, der... Nein! Alter! Was war da denn los? Okay. Ja? Das Umbruch gewinnen. Damit... Nein, nein, nein. Das Ding... Ja? Du hast zu kommen. Bitte, bitte. Hat der sich selber umgebracht? Oder hat er daneben geschaut? Ja. Schade. Schade, schade. Mit Schokolade. Es riecht noch eine dritte Runde, oder? Oh, 10 Minuten. Ja, 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 ja. Oh, ein bisschen aufs Maul jemand. Nein! Es riecht dort nicht an der dritte Runde. Oh, oh. Fahr, 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 fahr. Oh, Gott. Der das Wiesel... Ja, ja, L-T-L-T. Genau. Keine Ahnung, wie du fährst, aber... Oh, nein. Nein, ah. Wiesel Wiesel und dann... Ah, nein, Schal. Tja. Was macht der? Oh, der Traketen. Oh, Mann. Mieser Typ, mieser Typ. Sagt auch schon sein Gesicht. Oh, das habe ich sehr gerne vor meinem Bildschirm. Dies ist gern Verlierer. Nein, 2000. Ja, kein Level ab. Boah, ist der mies. Ist der mies, dass der sowas abzieht, ne? Boah. Okay. Äh, ja, gefällt mir gut. Fortfahren, ja, ja, ja. Fortfahren, genau. Und... Ja, geht noch einiges. Okay. Die Haken heißen, ne? Mach ich mal frei im Modus, also. Ja, hm, eigentlich wollte ich ja ballern. Eigentlich, und jetzt... Danke dafür. Oh Gott. Was ist mit meinem PC los? Was ist die los? Minimier dich. So. Ich hoffe... Ja, komm. Nein! Wegen der... Was? Kodierung überlasten? Überlastet? Das war vorhin aber nicht nochmal so. Wegen der blöden Werbung. It was bugged? Hä? Achso, ich habe ja frei. Ja, ich hoffe, das laggt jetzt nicht. Aber, äh, na hin, das nur hier. Ein... Stuck. Unloading. Wat? Naja. Irre, Mann. Oh, ich hoffe, das geht gleich weg. Weil... Ähm, ja. Ah, mein CPU ist sehr... Ah, mein CPU ist sehr... Ich freue mich über... Ach, warte. Ah, jetzt ist weg. Siehste? Ein bisschen stampelt und dann geht's. Ja. Würde ich sagen... Ich... Den hier gerade perfekt. Um... Und selber umzubringen. Au. Ach, damit beende ich die Folge. Nein, ich sterbe. Ui. Ja, mit Kopf voraus, genau. Ach, geil. Ach, steh auf, komm. Und... Tschüss, Welt. Oh. Denn... Tschüss, Welt. Ja. Boah. Ja. Leute. Bis denn.